Moinsen Leute, was geht? Ich bin's, Extreme Battle, heute so um wir Haunt, The Real Slender Game. Es ist anders als der normale Slender und die Grafik ist alles anders und wir machen einfach mal ein New Game und mal gucken, was bei uns passiert und wir machen einfach mal einen Loop. What would you do if you walk up in one place you have never seen before? Was sollst du tun, wenn du aufwachst irgendwo, was du noch nie gesehen hast, den Ort? Hallo? Ja. Oh mein Gott. Ja. Okay. Ich hoffe, ihr seht jetzt noch genug. Oh mein Gott, ich glaube, der ist... Ja, und hier gibt's auf jeden Fall, ist ein sehr großes Areal. Und, ähm, da vorne ist ein Wagen. Oh mein Gott. Alter. Los, schau dir die Karo nach oben ab, los! Oh mein Gott, hier haben wir's gehört. Alter. Alter, der ist gehört. Ich hab grad über Gänsehaut, ey. Ich weiß nicht, wie lang das geht hier, ne? Wir fahren einmal von mir den Weg. Ich lass mal lieber die Taschlampe aus. Ich renne lieber nicht. Alter, ist das heftig. Ihr müsst euch echt im dunklen Raum hinsetzen. Und dann das hier zocken, ey. Alter. Ich bin grad so unter der Adrenalin. Das glaubt ihr gar nicht. Es ist natürlich kostenloser Spiel. Ich werde den Link in die Videobeschreibung tun. Dann könnt ihr es ziehen und selber spielen. Alter. Oh nein, da vorne ist ein Haus. Ah, hier ist es immer. Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Okay. Weiteres Auto. Ich werde jetzt nicht rein gehen ins Haus. Weil da drin ist mal angefangen, wenn da einer auf einen zukommt. Das will ich natürlich erstmal vermeiden. Ich laufe erstmal weiter. Grund die Gegend. Ah, komm, ich renne ein bisschen. Komm, ich renne hier querfälle eigentlich. Ich weiß nicht, wo wir hin können. Warte, der kann von überall kommen, ey. Der Bildschirm wackelt so, wenn er läuft. Leider hat man keine Ausdauer. Okay. Noch verfolgt er uns, glaube ich, nicht. Ich habe jetzt auch nicht auf die Aufnahme gedrückt. Kann ich nicht sehen, wie weit wir sind. Ich werde es auch nicht beenden. Ich werde so wenig wie möglich auf engen Büschen kommen. Also in engen Gebiete. Da er uns auch ziemlich schnell fassen kann. Und es ist natürlich was ganz anderes. Als wenn wir das alleine spielen. Und ähm. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wo es noch lang geht. Ich muss mal kurz die Aufnahme ohne brechen. So und dann sind wir wieder. Oh Gott, so noch kurz oder noch gebrochen. Komm, wir laufen ein bisschen. Ich werde nichts verschwenden hier. Oh mein Gott, ey. Das ist auch noch ein scheiß Wetter hier im Regen rumzulaufen. Ich weiß nicht, wo wir sind. Wir sind an irgendeinem Ort. Die wir nicht kennen. Wo geht es da lang? Ist da oben was? Ist da oben ein Schlusspunkt? Ein Haus? Ne. Eine Wegbeschreibung. Vorne ist ein Licht. Alter. Was waren das für Schritte? Was war das? Oder war es Strom? Alter. 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 Hier sind überall Schatten. Ich schreibe mich jedes Mal zu tun. Ich habe eine Gänsehaut auf den Arm. Überall, ey. Ich gucke nur noch in den Himmel. Nein, mache ich nicht. Und hier muss man auch Batterien finden und Schlüssel und alles. Damit wir irgendwie weiterkommen. Da vorne ist eine Kapelle oder so ähnlich. Kann man jetzt da easy going da rüber laufen. Okay, man kann da rüber laufen. Was ist das? Was ist das? Ist das Fels? Okay, ist ein Zaun drum. Komm mal da rein. Okay. Nur Licht. Nur Licht. Ich glaube, wir sind nicht mehr alleine. Ich halte mich am besten am Zaun. Oh, super. Atom. Besser. Besser mit Atome. Fuck. Hat er das gesehen? Wo ist der? Fuck. Ich habe gerade voll die Gänsehaut. Ich glaube, der kommt noch nicht rein. Laterne. Nur eine Laterne. Nicht erschrecken. Hier kommt man rein. Okay. Wo ist der Typ? Wo ist er? Der ist irgendwo bei uns. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich rede nicht so viel. was soll ich anspannend. Ja. Wir wissen Laterne. Ich verschreibe mich jedes Mal. ganz ruhig. Ich bin echt auch so ein Schisser. was es hier angeht. Aber was es hier angeht. Da ist der Berg da hinten. Wenn wir mal Gas. Wir machen Gas. Was ist das? Nichts. Schatten. Ja, liebe Freunde. Wenn ihr euch mal gezungen habt und gespielt habt, möchtet ihr eure Kommentare wissen. Ich beende hier meine Aufnahme. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend halt. Und bis dahin. Tschüss.